Dobar dan! Ich zeige euch heute den Camping-Split in Stobrec in Kroatien. Viel Spaß! Camping-Split. Das ist nicht zu viel gesagt. Nämlich das ist hier der einzige größere Campingplatz, der nahe an der Stadt Split ist. Er ist ganzjährig geöffnet und wie wir finden, persönlich ist er durchaus eine Empfehlung. Also wenn ihr hier in Split vorbeikommt, dann könnt ihr hier durchaus auch ein paar Tage verbringen. Im Hintergrund hört und sieht man, ist die Dumping-Station. Wir haben hier zwei Bodenablässe und auch Wasserentnahmestellen und ich drehe mich jetzt mal. Dann seht ihr hier hinter mir den Einfahrtsbereich und das Rezeptionsgebäude. Man spricht ja natürlich kroatisch, aber auch Englisch und Deutsch. Wir nähern uns jetzt mal den Rezeptionsgebäude. Dahinter ist ein Gebäude direkt an der Einfahrt, wo die Barke ist, wo ein Geschäft drin war. Das ist aber jetzt geschlossen, sehr wahrscheinlich aufgrund von Corona. Und ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar Innenaufnahmen von der Rezeption. Es gibt hier so einen kleinen Wartebereich. Wie man sieht, wird man hier mit Schlümpfen durchs Dorf geführt. Ich zeige euch hier mal einen kleinen Aufbau. Wir haben also hier lauter Stellplätze. Das dürften geschätzt über 200 Stellplätze sein. Sehr viel Strandbereich mit feinem Kies. Aber tatsächlich der natürliche Bereich ist Sandboden. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr über den kleinen Kies gehen könnt, draußen in den Badestellen, in den Badebuchten noch nicht mal Schuhe anziehen. Wir bewegen uns jetzt mal weiter in den Platz hinein und ich zeige euch hier die weiteren Stellen. Hinter der Rezeption und dem Einfahrtsbereich gibt es so einen kleinen Bereich mit Camping Homes. Die scheinen jetzt zu dieser Jahreszeit, wir haben den ersten Oktober 2021, noch nicht einmal belegt zu sein. Aber ich denke mal, hier im Sommer ist es proppenvoll. Und wir kommen, wenn wir hier weitergehen, zum Restaurant. Ja, wie ihr seht, es ist sehr schön. Es ist angelegt. Es ist ganz offensichtlich ein älterer Campingplatz. Aber die Einrichtungen, muss ich sagen, sind top. Hier die Wege sind sehr schön eben gepflastert oder ausgelegt mit diesen Natursteinen. Und jetzt im Hintergrund könnt ihr dann schon die Adria kennen. Also es ist ein ganz toller Baum- und auch Strauchbewuchs. Die Bäume sind noch nicht mal hinderlich auf den Plätzen. Also man kann immer gute Möglichkeiten als Stellplatz finden. Wir sind also hier so etwas im nördlichen Bereich des Campingplatzes. Ich schwenke hier mal etwas schneller rüber. Man hat hier unten auch eine kleine Bar und man hat hier auch die Möglichkeit, sowohl Tretboote als auch Subboards sich auszuleihen. Also man hat hier sehr viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Wir bewegen uns also jetzt hier am Rand vom Campingplatz, weil ihr habt bis jetzt natürlich noch keine Wohnwagen oder Wohnmobile sehen können. Aber hier nochmal einen wunderbaren Blick raus auf die Bucht. Das ist eben eine der Teilbuchten. Wenn wir weiter geradeaus gehen, kommen wir noch zu einer Bucht, wo man ja schätzungsweise durchaus 150 Meter weit ins Wasser hineingehen kann und man immer noch den Kopf über Wasser hat. So, hier ist das sehr schön angelegte Restaurant, genannt Horus, also auf Lateinisch die Stunde. Und man hat hier sehr viele Sitzplätze hier sehr schön an der Seite, wo man den Sonnenuntergang dann beobachten kann. Und dann noch einen größeren Essens- und auch Barbereich. Also jetzt sind wir so ziemlich zur Mittagsstunde. Da schwingt da mal etwas weg. Hier kommen wir in den Barbereich, also wo man wunderbar sitzen kann. Man hat viel Aussicht. Hier die Bar ist jetzt natürlich nicht besetzt in diesem Moment. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal von dem anderen Restaurantteil aus. Wir haben hier ein paar Mal gegessen. Sehr zu empfehlen sind die Salate, meiner Meinung nach. Die sind herrlich angemacht, sehr gute Qualität. Und ja, die Salate und das Fleisch sind allerdings nur nachmittags ab 16 Uhr erhältlich. Man hat eben so Burger und Pizzen. Aber das scheint an nahezu vielen Orten leider die Standardspeise zu sein. Im Eingangsbereich des Restaurants befindet sich so ein kleiner künstlicher Bachlauf. Abends ist der wunderbar illuminiert. Also das ist recht romantisch alles hier angelegt. Es gibt insgesamt auf dem Gelände drei Sanitärbereiche. Hier haben wir den ersten am Restaurant. Und jetzt können wir hier schon einen ersten Blick auf den Wohnmobilbereich werfen. Ja, man gibt hier auch die Möglichkeit, es gibt hier auch den Wohnmobilbereich. Die Möglichkeit für einfach Zelter, dass sie sich hierhin stellen können. Da muss man allerdings zu sagen, der Unterboden ist entsprechend hart. Er ist eigentlich ziemlich gerade. Also so, dass man hier wenig mit Hubstützen oder auch mit Keilen arbeiten muss. Die Parzellen sind recht groß. Eingegrenzt hier durch die Bäume und durch bereits hochgewachsene Sträucher. Eigentlich relativ gut zu befahren. Wie überall muss man ein bisschen sich hin und her bewegen. Wir können hier mal so einen Blick werfen auf einen großen Platz, die Nummer 123. Und wir haben am Platz sowohl Strom natürlich und Wasserentnahme. Aber ihr habt hier auch die Möglichkeit tatsächlich zu dampen und hier das Schwarzwasser auch zu entleeren. Was mich immer wieder an Split fasziniert, ist, dass wir hier auch Palmen finden. Das macht so ein gewisses mediterrane Feeling. Für die Camper, die also auch länger als einen Tag da bleiben, gibt es so Armbänder und wenn man die Armbänder hat, dann darf man hier auch in so einen Poolbereich rein. Beziehungsweise man muss ihn dann sehr wahrscheinlich, wenn man nur eine Nacht hier ist, separat buchen und ihr seht hier schöne breite Strandbereiche. Und dort hinten kann man schon sehen, wie weit der Mann da noch raus geht. Das sind also locker 50 Meter und er ist gerade mal bis zu seinem Gesäß überhaupt im Wasser. Hier gibt es eine riesengroße Kolonie an Seemöwen, die immer hier vorgelagert vor dieser Bucht sich ausruhen. So und wenn wir hier nochmal rüber schwenken, sehen wir nochmal dort einen Poolbereich. Das Interessante ist, dass man dort mit den Stühlen im Schwimmbecken sitzen kann, um dort sein Aperitif zu genießen. Ja, hier findet man auch eine sogenannte Fitness Beach, ein Private Gym. Also man kann das wohl auch mitbenutzen, auch mitbuchen selbstverständlich. Und ich habe hier allerdings selten Leute gesehen. Gut, vielleicht liegt es ein bisschen an der Jahreszeit. Keine Ahnung, es kommen hier offensichtlich hauptsächlich Einheimische hin. Und, und das finden wir ganz toll, es gibt hier einen Dog Beach. Das heißt, hier in diesem Areal, es ist nicht so ganz vollständig eingezäunt, aber hier könnt ihr eure Hunde freilaufen lassen. Könnt euch selber mit dem Campingstuhl auch mit hier hinsetzen. Im Hintergrund seht ihr vielleicht eine Hundedusche. Hier vorne kann man ein bisschen was mit den Hunden machen und sie trainieren. Das ist eigentlich sehr schön angelegt. Es gibt genauso eine Müllstation für die Kotbeutel. Und hier neben ist noch ein kleines Beachvolleyballfeld. Da muss man dann allerdings sehr exakt und vorsichtig spielen, damit einem der Ball nicht ständig aus dem Feld fliegt. Wie gesagt, wir haben den 1. Oktober und wir haben hier tagsüber immer noch 27 Grad etwa. Aber das ist herrlich. Das ist für uns, die wir noch nicht so gut vorgebräumt sind, gut auszuhalten. Die Sonne steht natürlich ein wenig tiefer. So, und ich zeige euch jetzt nochmal eins dieser Sanitärgebäude. Das ist dann hier das dritte am anderen Ende des Platzes. Bei den Sanitärgebäuden befinden sich auch die Müllstationen. Gut, die obligatorischen Spülbecken sind hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier reingehen, dass wir niemanden stören. So, und hier kann ich euch zeigen, es gibt hier so Automaten. Da muss man meistens einen Master-Button drücken und dann eine Kabine auswählen, in der man Wasser haben möchte. Und dann läuft, also das läuft noch nicht los, sondern man kann dann für sieben Minuten, kann man sich dort zum Duschen das Wasser anstellen. Ich muss sagen, hier ist überall warmes Wasser. Man kann also auch lauwarm sich die Hände abwaschen. Es gibt Flüssigseife und es gibt Papierhandtücher. Das hat man also selten auf den Plätzen. Wie ihr euch vielleicht sehen könnt, es ist so standardmäßig eingerichtet, aber es ist sehr sauber. So, also das ist mir hier gleich aufgefallen. Das wird also sehr ordentlich gehalten. Das war es dann auch schon mit dieser Platzvorstellung. Im Hintergrund seht ihr noch mal so eine Parkbucht. Oder ich schwenke jetzt mal, dann seht ihr auch unseren Wagen noch mal im Bild. Es ist sehr geräumig. Man hat außenrum teilweise so Mirabellenbäume. Man hat Olivenbäume. Das Einzige, was jetzt hier in diesem hinteren Teil des Platzes der Fall ist, man hört ein wenig die Schnellstraße. Aber ich muss sagen, das ist auszuhalten. Ich denke, auch zu Hause wohnt nicht jeder straßenfrei und man hört im Hintergrund sicher auch dort Bundesstraßen. Das ist auszuhalten. Nachts ist es relativ ruhig, wenn nicht gerade mal wieder ein Motorrad vorbeibrettert. Ich hoffe, diese kleine Platzvorstellung hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen hoch da oder auch über ein Abonnement würden wir uns immer noch freuen. Ich bedanke mich sehr herzlich, sage auf Wiedersehen, Servus aus Split in Kroatien. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.